Dritter Teil. Auch die wurde täglich belagert. Wenn nicht der gnädige Gott mit seiner Gnade zur Hilfe kommt, so muss sie auch die verlieren. Jetzt wollen wir nicht mehr davon sprechen, sondern euch erzählen, wie es dem Kinde dieser Dame erging, dass die wilden Winde dahin warfen, wohin Gottes ihnen befahl. In das Leben oder in den Tod. Unser Herr, der gnädige Gott, nahm sich seines Schutzes an, wie einst Jonas durch seine Gnade im Meer gerettet wurde, der drei Tage und Nächte vor den Wogen im Bauche eines Fisches behütet war. Gott war des Kindes Amme, bis er es unversehrt ans Land brachte. Nach zwei Nächten und einem Tage kam es, von den Wellen getrieben zu einer Insel, von Gott dorthin geschickt. Ein Kloster lag da am Ufer, das von einem Frommen abgeleitet wurde. Der hatte zwei Fischer beauftragt, vor Tage auf See zu fischen. Doch machte ihnen das Wetter zu schaffen. Der Wind wurde so stark, dass sie weder einen kleinen noch einen großen Fang machen konnten. Sie fuhren schnell zurück. Auf der Rückfahrt fanden sie die Barke des Kindes auf den wilden Wogen schwimmen. Da wunderten sie sich sehr, wie sie dorthin gekommen sein mochte, so ganz ohne Besatzung. Sie steuerten so nah heran, dass sie den kleinen Kasten darin liegen sahen. Sie hoben ihn heraus und legten ihn in ihr Schiff. Leer schwamm die Barke fort. Die Windböen wurden so heftig, dass sie es auf dem Meere nicht mehr aushielten. Sie hatten keine Gelegenheit nachzusehen, was sich in dem Kasten befand. Das war ihnen gleich, denn sie hatten sich vorgenommen, sobald sie ihn heimgebracht hätten, ihren Fund in Ruhe anzuschauen. Sie warfen Kleider darüber und ruderten schnell ans Ufer. Unterdessen sahen sie, dass es tagte. Der Abt, der sich in seiner Zelle aufgehalten hatte, ging zum Meer spazieren, ganz allein ohne Begleitung, und hielt Ausschau nach den Fischern, um zu sehen, ob sie Erfolg gehabt hätten. Sie aber fuhren da gerade auf ihn zu, und das kam dem Abte reichlich früh vor. Er sagte, »Wir ist es euch ergangen? Habt ihr etwas gefangen?« Sie antworteten, »Lieber Herr, wir sind zu weit auf die See hinausgefahren, und das Unwetter hat uns zugesetzt wie nie. Fast wäre uns der Tod bestimmt gewesen. Wir haben nur mit größter Mühe unser Leben gerettet.« Er sagte, »Fische hin, Fische her. Ich preise Gott, dass ihr davon gekommen und so sicher an das Gestade gelangt seid.« Dann forderte der Abt sie auf, ihm zu sagen, was das wäre. Er meinte damit den kleinen Kasten, der mit den Kleidern zugedeckt war. Die Frage war ihnen beiden unangenehm, und sie entgegneten, »Warum ein hoher Herr so eingehend nach den Angelegenheiten einfacher Leute frage, wo es doch ihnen beiden nicht passe?« Da langte er mit einem Stab dorthin, warf die Kleider herunter und sah den kleinen Kasten. Er fragte, »Woher habt ihr das?« Nun dachten sie sich allerlei Lügen aus, um den Abt irre zu führen. Sie wollten ihn ablenken und hätten das auch geschafft, wenn Gottes Gnade es ihm nicht eingegeben hätte. Als er nämlich das Fragen aufgeben und wieder in sein Kloster gehen wollte, da fing das Kind sehr laut an zu weinen und machte den Gottesmann damit auf sich aufmerksam. Da sagte der aufrechte Mann, »Da ist ein Kind darin.« »Sagt mir gutwillig.« »Woher habt ihr es?« »Wie seid ihr dazu gekommen?« »Das will ich wissen. Punkt um.« Da besannen sie sich und berichteten ihm, wie ich euch eben, wie sie ihn auf dem Meere gefunden hatten. Jetzt ließ er den kleinen Kasten auf den Strand stellen und die Verschlüsse lösen. Dann sah er darin einen wunderbaren Fund liegen. Ein Kind, das sagte sein Herz so schön, wie er es nie gesehen hatte. Das ausgesetzte Weißenkind kannte keine Furcht vor irgendeiner Gefahr und strahlte deshalb mit einem lieblichen Lächeln den Abt an. Und als dann der Gelehrte auf seiner Tafel gelesen hatte, wie das Kind in die Welt kam, dass man es noch taufen und mit dem Golde aufziehen sollte, wusste er das gut zu verschweigen. Gott sagte er Dank, hob Hände und Augen still zum Himmel und pries Gott für den Fund und dass das Kind heil und gesund war. Sie sahen, dass das Kind in Seidenstoff aus Alexandria gewickelt war. Nur diese drei wussten jetzt davon, aber sie sagten es nicht weiter. Überdies ist von den Fischern verbirgt, dass sie Brüder waren, die mussten beide dem Abt auf Treu und Glauben ja eidlich versichern, dass sie niemals davon sprechen würden. Die Brüder waren nicht gleich. Der eine war arm, der andere reich. Der Arme wohnte nahe beim Kloster, der Reiche weit weg, gut über eine Meile entfernt. Der Arme hatte viele Kinder, der Reiche nie eines bekommen, außer einer Tochter, die verheiratet war. Deshalb vereinbarte der Abt im Hinblick darauf mit den beiden, der Arme solle das Kind zu sich nehmen, bei sich daheim erziehen und den Leuten folgende Lüge erzählen. Wenn jemand ihn einmal fragen sollte, woher er das Kind habe, dass es von der Tochter seines Bruders gekommen sei, gar nichts Besseres hätte er sich ausdenken können und sie sollten es mitnehmen bis nach der Messe und bis sie gegessen hätten und dann ihn den Abt bitten, er möge so gut sein, das Kind selbst zu taufen. Gottes Wohlgefallen damit zu gewinnen und ihre Ergebenheit. Diese Lösung war passend und gut. Dann nahm der Abt die Aussteuer, das Gold und das seidene Tuch und gab dem Armen, der sich des Kindes annahm, sogleich zwei Goldmark, damit er es erziehen sollte, dem anderen eine Mark, damit er es sicher geheim halte. Das andere nahm er mit, der von Gott gesegnete. Er bewahrte es sehr gut für seinen Schützling auf und besser wäre es nicht gegangen, denn er legte es auf Zugewinn an und vermehrte es gut für ihn. Der arme Fischer hielt sich genau daran und tat, was ihm sein Herr befohlen hatte. Als die Mittagszeit kam, nahm er das Kind auf den Arm, seine Frau ging mit ihm nach der Sitte der Bauern zum Kloster, wo er den Abt unter den Brüdern antraf. Er sagte, Herr, dieses Kind bringen euch Leute, die euch ergeben sind, die Tochter meines Bruders und ihr Mann. Sie haben den festen Glauben, dass, wenn ihr es selber tauft, dem Kind ein glückliches Leben zuteil wird. Und seid so gnädig und gebt ihm euren Namen. Über diese Bitte spotteten die Mönche, sie sagten, seht doch um Gottes Willen diesen Bauernmenschen an, wie gut er doch sein Sprüchlein gelernt hat. Der Abt hingegen nahm die Worte gut auf, wie es ein wohlwollender Mensch tut. Nach einem Blick auf das Kind sprach er vor seinem Konvent, es ist so ein schönes Kind und da sie Klosterleute sind, wollen wir es ihnen wirklich nicht abschlagen. Er ließ das Kind zum Taufstein bringen, hob es selbst aus der Taufe und nannte es daher nach seinem eigenen Namen Gregorius. Als das Kind die Taufe empfangen hatte, sagte der Abt, nachdem ich jetzt sein geistlicher Vater geworden bin, will ich es um meines Seelenheils Willen immer mit Freude wie mein eigenes Kind halten, denn es ist so begnadet. Mit großer Freundlichkeit bat er dann seinen Fischer, zuverlässig für das Kind zu sorgen. Er sagte, nun zieh es mir gut auf, ich werde es dir lohnen. In dem Kind waren seine zwei Goldmark sehr nützlich, insofern man es desto besser pflegte. Dazu ließ der Herr kaum einen Tag vorüber gehen, ohne sich selbst davon zu überzeugen, wie man das Kind versorgte. Als der Fischer und seine Frau das liebe Kind mit aller Sorgfalt bis zu seinem sechsten Lebensjahr aufgezogen hatten, nahm der Abtes von ihnen zu sich in das Kloster und gab ihm geistliche Kleidung und ließ es im Lesen unterrichten. Aufrichtigkeit, Anerkennung und Tüchtigkeit, wie es danach strebte. Wie bereitwillig es ohne Schläge nur auf Bitten den Willen seines Lehrers tat. Es wurde nicht müde, nach den Dingen zu fragen, die man wissen soll, so wie es ein gutes Kind tut. Die Kinder, die drei Jahre vorher aufgenommen worden waren, die holte es mit seinem Können so rasch ein, dass der Lehrer selbst versicherte, er habe nie einen in jeder Hinsicht so verständigen jungen Menschen gesehen. Er war, und das ist die reine Wahrheit, ein Kind an Jahren, ein Mann an Verstand. Als er elf Jahre alt war, gab es wirklich keinen besseren Lateiner als den kleinen Gregorius. Dann wurde er in drei Jahren noch klüger, so dass sich ihm die Theologie in aller Klarheit enthüllte. Das ist die Wissenschaft von Gott. Was man ihm auch beibrachte, an Nützlichem für Leib und Seele, davon begriff er immer das Wesentliche. Dann studierte er das Kirchenrecht, und der junge Mann wurde so in dieser Wissenschaft ein hervorragender Rechtskundiger. Diese Wissenschaft handelt vom Gesetz. Er hätte noch mehr studiert, wäre er nicht davon abgebracht worden. Ich kann euch erzählen, wie das geschah. Der Fischer hatte aus Armut großen Mangel gelitten. Sein Grundbesitz lag auf dem Meer. Da musste er sich sehr plagen, denn nur so konnte er sich ernähren und täglich den nagenden Hunger seiner Kinder stillen. Allein mit seinem Fang, ehe er das Kind gefunden hatte. Jedoch wurde in dem Augenblick das Leben für ihn viel angenehmer, als ihm die zwei Goldmark gegeben wurden. Da verbesserte sich seine Lage sehr. Er hatte mehr Gewinn und weniger Mühe. Nun ließ ihm aber seine Frau, die nicht eingeweiht war, keine Ruhe, mit täglicher Fragerei. Sie stellte ihm viele Fallen, denn sie sann listenreich, den lieben langen Tag darauf herauszubringen, woher das Gold gekommen war. Sie schwor ihm wieder und wieder heilige Eide, bis sie von ihm erfuhr, woher er das Gold erhalten hatte, wie ihr vorhin gehört habt. Als die Frau nun genau wusste, dass niemandem bekannt war, wer Gregorius sei, redete sie nicht darüber, sie behielt es ganz für sich. Das ist wahr, bis er 15 Jahre alt war. Nun hatte Fortuna ihm in jeder Hinsicht ihr Zeichen aufgeprägt. Er war schön und kräftig, er war aufrichtig und gut und besaß Geduld. Er hatte viele Fertigkeiten, gute Erziehung und Benehmen. Unvernünftigen Zornesausbrüchen widerstand er mit Sanftmut. Alle Tage gewann er neue Freunde und verlor dabei keine Alten. Freude und Trauer wusste er in rechter Weise zu tragen. Gute Lehre nahm er an und war freigiebig mit dem, was er hatte. Er war wagemutig, wo es passte und zurückhaltend, wo er es für richtig hielt, so wie es jungen Leuten ansteht, auf dem Weg zur Weisheit. Er blieb fest bei seinem Wort und tat nichts ohne Überlegung, so wie die Weisheit es ihm gebot. Deshalb brauchte er über keine seiner Taten zu erröten. Er bat Gott immer um seine Gnade und seine Hilfe und hielt fest an seinem Gebot. Gott fügte es so, dass die Vollkommenheit ihm Leib und Geist nach ihrem Maß gestaltete. Was es auf Erden an einen Menschen zu rühmen gibt, besaß er reichlich. Die Vollkommenheit hatte ihn so meisterhaft gestaltet, dass sie ihn mit Freuden als ihr Kind sah, denn sie hatte nichts an ihm vergessen. Sie hätte ihn nicht besser schaffen können. Alle Leute, die ihn sahen, sagten von dem jungen Mannem, nie sei von Fischern ein so begnadeter junger Mann geboren worden. Es sei sehr schade, dass man ihn nicht vornehmer Abstammung rühmen könne und sie versicherten obendrein, wäre er von edler Herkunft, so wäre eine große Landesherrschaft bei seinen Fähigkeiten gut aufgehoben. Dritter Teil Auch die wurde täglich belagert. Wenn nicht der gnädige Gott mit seiner Gnade zu Hilfe kommt, so muss sie auch die verlieren. Jetzt wollen wir nicht mehr davon sprechen, sondern euch erzählen, wie es dem Kinde dieser Dame erging, dass die wilden Winde dahin warfen, wohin Gottes ihnen befahl. In das Leben oder in den Tod Unser Herr, der gnädige Gott, nahm sich seines Schutzes an, wie einst Jonas durch seine Gnade im Meer gerettet wurde, der drei Tage und Nächte vor den Wogen im Bauche eines Fisches behütet war. Gott war des Kindes Amme, bis er es unversehrt ans Land brachte. Nach zwei Nächten und einem Tage kam es, von den Wellen getrieben zu einer Insel, von Gott dorthin geschickt. Ein Kloster lag da am Ufer, das von einem Frommen abgeleitet wurde. Der hatte zwei Fischer beauftragt, vor Tage auf See zu fischen. Doch machte ihnen das Wetter zu schaffen. Der Wind wurde so stark, dass sie weder einen kleinen noch einen großen Fang machen konnten. Sie fuhren schnell zurück. Auf der Rückfahrt fanden sie die Barke des Kindes auf den wilden Wogen schwimmen. Da wunderten sie sich sehr, wie sie dorthin gekommen sein mochte, so ganz ohne Besatzung. Sie steuerten so nah heran, dass sie den kleinen Kasten darin liegen sahen. Sie hoben ihn heraus und legten ihn in ihr Schiff. Leer schwamm die Barke fort. Die Windbühlen wurden so heftig, dass sie es auf dem Meere nicht mehr aushielten. Sie hatten keine Gelegenheit nachzusehen, was sich in dem Kasten befand. Das war ihnen gleich, denn sie hatten sich vorgenommen, sobald sie ihn heimgebracht hätten, ihren Fund in Ruhe anzuschauen. Sie warfen Kleider darüber und ruderten schnell ans Ufer. Unterdessen sahen sie, dass es tagte. Der Abt, der sich in seiner Zelle aufgehalten hatte, ging zum Meer spazieren, ganz allein ohne Begleitung und hielt Ausschau nach den Fischern, um zu sehen, ob sie Erfolg gehabt hätten. Sie aber fuhren da gerade auf ihn zu und das kam dem Abte reichlich früh vor. Er sagte, »Wir ist es euch ergangen? Habt ihr etwas gefangen?« Sie antworteten, »Lieber Herr, wir sind zu weit auf die See hinaus gefahren und das Unwetter hat uns zugesetzt wie nie. Fast wäre uns der Tod bestimmt gewesen. Wir haben nur mit größter Mühe unser Leben gerettet.« Er sagte, »Fische hin, Fische her, ich preise Gott, dass ihr davon gekommen und so sicher an das Gestade gelangt seid.« Dann forderte der Abt sie auf, ihm zu sagen, was das wäre. Er meinte damit den kleinen Kasten, der mit den Kleidern zugedeckt war. Die Frage war ihnen beiden unangenehm und sie entgegneten, »Warum ein hoher Herr so eingehend nach den Angelegenheiten einfacher Leute frage, wo es doch ihnen beiden nicht passe?« Da langte er mit einem Stab dorthin, warf die Kleider herunter und sah den kleinen Kasten. Er fragte, »Woher habt ihr das?« Nun dachten sie sich allerlei Lügen aus, um den Abt irre zu führen. Sie wollten ihn ablenken und hätten das auch geschafft, wenn Gottes Gnade es ihm nicht eingegeben hätte. Als er nämlich das Fragen aufgeben und wieder in sein Kloster gehen wollte, da fing das Kind sehr laut an zu weinen und machte den Gottesmann damit auf sich aufmerksam. Da sagte der aufrechte Mann, »Da ist ein Kind darin, sagt mir gutwillig, woher habt ihr es?« »Wie seid ihr dazu gekommen?« »Das will ich wissen. Punkt um!« Da besannen sie sich und berichteten ihm, wie ich euch eben, wie sie ihn auf dem Meere gefunden hatten. Jetzt ließ er den kleinen Kasten auf den Strand stellen und die Verschlüsse lösen. Dann sah er darin einen wunderbaren Fund liegen, ein Kind, das sagte sein Herz so schön, wie er es nie gesehen hatte. Das ausgesetzte weißen Kind kannte keine Furcht vor irgendeiner Gefahr und strahlte deshalb mit einem lieblichen lächelnden Abt an. Und als dann der Gelehrte auf seiner Tafel gelesen hatte, wie das Kind in die Welt kam, dass man es noch taufen und mit dem Golde aufziehen sollte, wusste er das gut zu verschweigen. Gott, sagte er Dank, hob Hände und Augen still zum Himmel und pries Gott für den Fund und dass das Kind heil und gesund war. Sie sahen, dass das Kind in Seidenstoff aus Alexandria gewickelt war. Nur diese drei wussten jetzt davon, aber sie sagten es nicht weiter. Überdies ist von den Fischern verbirgt, dass sie Brüder waren, die mussten beide dem Abt auf Treu und Glauben ja eidlich versichern, dass sie niemals davon sprechen würden. Die Brüder waren nicht gleich, der eine war arm, der andere reich. Der Arme wohnte nahe beim Kloster, der Reiche weit weg, gut über eine Meile entfernt. Der Arme hatte viele Kinder, der Reiche nie eines bekommen, außer einer Tochter, die verheiratet war. Deshalb vereinbarte der Abt im Hinblick darauf mit den beiden, der Arme solle das Kind zu sich nehmen, bei sich daheim erziehen und den Leuten folgende Lüge erzählen. Wenn jemand ihn einmal fragen sollte, woher er das Kind habe, dass es von der Tochter seines Bruders gekommen sei, gar nichts Besseres hätte er sich ausdenken können und sie sollten es mitnehmen bis nach der Messe und bis sie gegessen hätten und dann ihn den Abt bitten, er möge so gut sein, das Kind selbst zu taufen. Gottes Wohlgefallen damit zu gewinnen und ihre Ergebenheit. Diese Lösung war passend und gut. Dann nahm der Abt die Aussteuer, das Gold und das seidene Tuch und gab dem Armen, der sich des Kindes annahm, sogleich zwei Goldmark, damit er es erziehen sollte, dem anderen eine Mark, damit er es sicher geheim halte. Das andere nahm er mit, der von Gott gesegnete. Er bewahrte es sehr gut für seinen Schützling auf und besser wäre es nicht gegangen, denn er legte es auf Zugewinn an und vermehrte es gut für ihn. Der arme Fischer hielt sich genau daran und tat, was ihm sein Herr befohlen hatte. Als die Mittagszeit kam, nahm er das Kind auf den Arm, seine Frau ging mit ihm nach der Sitte der Bauern zum Kloster, wo er den Abt unter den Brüdern antraf. Er sagte, Herr, dieses Kind bringen euch Leute, die euch ergeben sind, die Tochter meines Bruders und ihr Mann. Sie haben den festen Glauben, dass, wenn ihr es selber tauft, dem Kind ein glückliches Leben zuteil wird. Und seid so gnädig und gebt ihm euren Namen. Über diese Bitte spotteten die Mönche, sie sagten, seht doch um Gottes Willen diesen Bauernmenschen an, wie gut er doch sein Sprüchlein gelernt hat. Der Abt hingegen nahm die Worte gut auf, wie es ein wohlwollender Mensch tut. Nach einem Blick auf das Kind sprach er vor seinem Konvent, es ist so ein schönes Kind und da sie Klosterleute sind, wollen wir es ihnen wirklich nicht abschlagen. Er ließ das Kind zum Taufstein bringen, hob es selbst aus der Taufe und nannte es daher nach seinem eigenen Namen Gregorius. Als das Kind die Taufe empfangen hatte, sagte der Abt, Nachdem ich jetzt sein geistlicher Vater geworden bin, will ich es um meines Seelenheils Willen immer mit Freude wie mein eigenes Kind halten, denn es ist so begnadet. Mit großer Freundlichkeit bat er dann seinen Fischer, zuverlässig für das Kind zu sorgen. Er sagte, nun zieh es mir gut auf, ich werde es dir lohnen. In dem Kind waren seine zwei Gold Mark sehr nützlich, insofern man es desto besser pflegte. Dazu ließ der Herr kaum einen Tag vorüber gehen, ohne sich selbst davon zu überzeugen, wie man das Kind versorgte. Als der Fischer und seine Frau das liebe Kind mit aller Sorgfalt bis zu seinem sechsten Lebensjahr aufgezogen hatten, nahm der Abt es von ihnen zu sich in das Kloster und gab ihm geistliche Kleidung und ließ es im Lesen unterrichten. Aufrichtigkeit, Anerkennung und Tüchtigkeit, wie es danach strebte, wie bereitwillig es ohne Schläge nur auf Bitten den Willen seines Lehrers tat. Es wurde nicht müde nach den Dingen zu fragen, die man wissen soll, so wie es ein gutes Kind tut. Die Kinder, die drei Jahre vorher aufgenommen worden waren, die holte es mit seinem Können so rasch ein, dass der Lehrer selbst versicherte, er habe nie einen in jeder Hinsicht so verständigen jungen Menschen gesehen. Er war, und das ist die reine Wahrheit, ein Kind an Jahren, ein Mann an Verstand. Als er elf Jahre alt war, gab es wirklich keinen besseren Lateiner als den kleinen Gregorius. Dann wurde er in drei Jahren noch klüger, so dass sich ihm die Theologie in aller Klarheit enthüllte. Das ist die Wissenschaft von Gott. Was man ihm auch beibrachte, an Nützlichem für Leib und Seele, davon begriff er immer das Wesentliche. Dann studierte er das Kirchenrecht, und der junge Mann wurde so in dieser Wissenschaft ein hervorragender Rechtskundiger. Diese Wissenschaft handelt vom Gesetz. Er hätte noch mehr studiert, wäre er nicht davon abgebracht worden. Ich kann euch erzählen, wie das geschah. Der Fischer hatte aus Armut großen Mangel gelitten. Sein Grundbesitz lag auf dem Meer. Da musste er sich sehr plagen, denn nur so konnte er sich ernähren und täglich den nagenden Hunger seiner Kinder stillen. Allein mit seinem Fang, ehe er das Kind gefunden hatte. Jedoch wurde in dem Augenblick das Leben für ihn viel angenehmer, als ihm die zwei Goldmark gegeben wurden. Da verbesserte sich seine Lage sehr. Er hatte mehr Gewinn und weniger Mühe. Nun ließ ihm aber seine Frau, die nicht eingeweiht war, keine Ruhe, mit täglicher Fragerei. Sie stellte ihm viele Fallen, denn sie sann listenreich, den lieben langen Tag darauf herauszubringen, woher das Gold gekommen war. Sie schwor ihm wieder und wieder heilige Eide, bis sie von ihm erfuhr, woher er das Gold erhalten hatte, wie ihr vorhin gehört habt. Als die Frau nun genau wusste, dass niemandem bekannt war, wer Gregorius sei, redete sie nicht darüber, sie behielt es ganz für sich. Das ist wahr, bis er 15 Jahre alt war. Nun hatte Fortuna ihm in jeder Hinsicht ihr Zeichen aufgeprägt. Er war schön und kräftig, er war aufrichtig und gut und besaß Geduld. Er hatte viele Fertigkeiten, gute Erziehung und Benehmen. Unvernünftigen Zornesausbrüchen widerstand er mit Sanftmut. Alle Tage gewann er neue Freunde und verlor dabei keine Alten. Freude und Trauer wusste er in rechter Weise zu tragen. Gute Lehre nahm er an und war freigiebig mit dem, was er hatte. Er war wagemutig, wo es passte und zurückhaltend, wo er es für richtig hielt, so wie es jungen Leuten ansteht, auf dem Weg zur Weisheit. Er blieb fest bei seinem Wort und tat nichts ohne Überlegung, so wie die Weisheit es ihm gebot. Deshalb brauchte er über keine seiner Taten zu erröten. Er bat Gott immer um seine Gnade und seine Hilfe und hielt fest an seinem Gebot. Gott fügte es so, dass die Vollkommenheit ihm Leib und Geist nach ihrem Maß gestaltete. Was es auf Erden an einen Menschen zu rühmen gibt, besaß er reichlich. Die Vollkommenheit hatte ihn so meisterhaft gestaltet, dass sie ihn mit Freuden als ihr Kind sah, denn sie hatte nichts an ihm vergessen. Sie hätte ihn nicht besser schaffen können. Alle Leute, die ihn sahen, sagten von dem jungen Manne, nie sei von Fischern ein so begnadeter junger Mann geboren worden. Es sei sehr schade, dass man ihn nicht vornehmer Abstammung rühmen könne, und sie versicherten obendrein, wäre er von edler Herkunft, so wäre eine große Landesherrschaft bei seinen Fähigkeiten gut aufgehoben. und sie versicherten auf dem jungen Mann. Vielen Dank.